Willkommen zurück auf der Lose 2. Wieder ist das Spiel abgekackt, und ja. Ab so viel losgekehrt. Tssst. Und ihr fangt nicht wieder abkackt. Es war DONE. The competition was over. As Lucius returned to the main road of Bloodloat, he was able to see what havoc he created on this small forsaken town. The National Guard arrived and roadblocks were put in place as a security measure. It was total martial law. We waited for the 6th and 7th trumpets to call out. The death of four angels marked the return of the last angel. And he would give the scroll to the one who first accepted it. This would be marked with the final trumpet. And the top of the left behind. The buses that were evacuating the civilians were a good way for us to get out as well. Oh. 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 Hi 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 Funny Oh, da sind die Pia einfach nur da. Keine Ahnung. Pura! Pst, pst, pst! Pura! Hey! Duh! This was the third angel. Dynamo 4. Luz, 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 luz. Oh, nisto mio. Test 임erno komp. Luz, 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 luz. formulate contemum liberalelex tah und luz. Ja, siff, luz, slash tötet, claimanträセ bプpromiss k shoitate discrete. Fertif, kwnha? Gelenweiß, wo ist das? Da, sao? Gelen caminho? Das hast du Plan45 jaz, eih... Oh, hallo. Oh, meine Besatzung kommt. Aaaaaah! Hi. 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 Jesus Christ. Whoa! Aaaaaah! Hi, my family. Stay still, kid. We're gonna have a... Kaa. Ha ha ha! Oh, my God! Oh, God! Herr wer Prozent ab 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 was macht man die da er genau gibt man die Strecke an der Nürzels Das ist auch immer mit Puzzle-Olle. Ha, ha, cool. Aber dann, screenshot. Läschen. Oh, 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 save fire. Liegt da eine Hand oder so? What the fuck? Ja. Oh, da ist ein Ball abgetrennt. Woops. Und einen anderen Nami erhebt, der Schiene 2. Ich brauche. Ich brauche... Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Äh, was gut? Hab ich noch Salz? Schnauerl Are you fucking kidding me, girl? Ich weiß nicht, ich mach doch das. Ey, ich mach dich mit einer Lecker. Ja. Oh. Modell. Like this. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was soll ich denn machen? Hm. Ich weiß nicht, wie alt er da in der Hand hat. Und die kriege ich folgendermaßen. Ich weiß nicht, wie alt er ist. 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 Also, ich weiß nicht, wie alt er ist. Oh mein Gott. Ich stehe mir noch da rum. Komm mit der Weg. Weg! Oh, steh auf! Hehehe, echt jetzt! NEIN! Nein! Nein, war der jetzt auch tot! Nein! 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 Geil, Geil, Geil. Hehehe Oh Oh Halt mal die Fosse an Oh Oh Nervendig und 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 Lin mein heck noch so n her und und hehey was ist das secret 立实 umed secret shroud 錯 auf practise � Ich würde von mir sagen, da muss ich da hinkommen. Du bist so. Oh mein Gott, so verdidigte Ergebnisse. Ich bin sicherlich empfiehlt mit dir. Als Lucius nahm den Scroll, fühlte sich ein warmes Gefühl im Saal. Etwas, was für ein langes Mal. Was war da wieder? Der Sound des 7. Trumpets signale die 3. Woe. Das war die letzte Trumpet. Und die letzte Woe. Der Lied von ein Egel in Heavens proklaimt. Der Antichrist als ein Neuer für immer. Ich bin sicher. 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 Ich würde ihn noch immer mit dir. Ich würde ihn übernehmen. Ich würde ihn nach seinen Wigern. Ich würde ihn nach seinen Wigern. Ich würde ihn nicht erzielen. Ich habe viele Sons, und ich will viele mehr, aber dieser ist special. Dieser wird mich immer wieder überraschend mit seinen kraftvollen Waffen zu deliverieren. Seine Kreativität ist definitiv ohne Werte, und er wird mehr als bereit für uns zu den Rappen. Es wird ein Tausend Jahre der Dunkelheit, als ich meine Platz mit den Morten mache. Sie werden lernen, die Juden sehr ernsthaft zu nehmen, und Lucius wird da mit mir sein. Mein Sohn, der dunklen Prinz, der kleine Antichrist. Ja, hier haben wir Johannes Heike, und Programmeer, Game Design, Music. Oh, ja, das gefällt jetzt. Ja, klar. Alessandro, Leina, Heike, Burkinen, Henrik, Lindström. Oh, ich weiß auch nicht mehr, aber egal. Ja, ja, ne, also, so munnen, Welsarundi, Lucifer. Und, wie wir es den ersten Tag aufführen können, also die zwei. Und, ja, fahren wir weiter in den Bus. Und sehen wir uns dann im nächsten Projekt wieder an deinem nächsten Video, also, ciao. Wie? Achja, Lucius 2 ist zu Ende. Als nächstes kommt, keine Ahnung was, was von Dondix, keine Ahnung, mal gucken. Und, ich fand Lucius 1, besser mal nicht sagen, was mal ihr. Ja, schreibt es in die Kommentare oder auch nicht. Ciao. Ciao. Ciao.